Herzlich willkommen zur Videoreihe Tech the Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen die moderne Heimanlage. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Photovoltaiktechnik erkunden. Die moderne Heimanlage ist heutzutage viel mehr als eine reine PV-Anlage. Wechselrichter und Energiemanagementsysteme werden immer intelligenter und umfangreicher in ihren Funktionsweisen. Auch bieten Sie die Möglichkeit unter dem Oberbegriff der Sektorenkopplung verschiedene Bereiche wie Heizen und Elektromobilität mit der Stromerzeugung zu vereinen. Die einfachste PV-Anlage besteht zunächst aus Solarmodulen und einem PV-Wechselrichter. Die Solarmodule produzieren Gleichstrom und der Wechselrichter wandelt diesen in Wechselstrom um. Was als nächstes folgt, hängt davon ab, wie der Wechselrichter in Betrieb genommen und parametriert wurde. Eine Anlage, die 100 Prozent des selbst produzierten Solarstroms am Netzanschlusspunkt in das öffentliche Stromnetz einspeist, wird dabei nicht zum Eigenverbrauch genutzt und der eingespeiste Solarstrom wird vergütet. Dafür gibt es zwei verschiedene Zähler, einen für die Einspeisung und einen für den Bezug. Anders hingegen ist es bei Anlagen mit Eigenverbrauch. Hier wird der selbstproduzierte Solarstrom für lokal angeschlossene Verbraucher verwendet. Sind keine Verbraucher aktiv oder wird mehr Strom produziert, als verbraucht werden kann, so wird der überschüssige Solarstrom automatisch in das öffentliche Stromnetz eingespeist und verkauft. Reicht die Solarenergie für den Eigenverbrauch nicht aus, so wird Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Ein saldierender Zweirichtungszähler erfasst hier die Stromflüsse. Ebenfalls ist es möglich, dass 0 Prozent des selbst produzierten Solarstroms in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Bei diesen Anlagen wird der Strom also gar nicht verkauft, sondern nur für den Eigenverbrauch verwendet. Sind Verbraucher eingeschaltet, während die PV-Module Strom erzeugen, werden diese versorgt. Sind keine Verbraucher aktiv, so fährt der Wechselrichter seine Leistung runter. Die Solarenergie bleibt ungenutzt. Mit einem Smart Meter wie dem SMA Energy Meter am Netzanschlusspunkt weiß der Wechselrichter, wie hoch der gesamte Verbrauch des Hauses ist, um dann genauso viel Strom zu produzieren. Heutzutage ist vor allem die zweite Variante, also Heimanlagen als Einspeiseanlage, mit Eigenverbrauch beliebt. Da in 2024 zum Beispiel die Strompreise höher sind als die EEG-Einspeisevergütung, zahlt sich eine besonders hohe Autarkie aus, anstatt teuren Strom aus dem öffentlichen Stromnetz zu beziehen. Daher werden moderne Heimanlagen gerne gemäß einer Eigenverbrauchsoptimierung ausgelegt, um die Autarkie zu erhöhen. Was genau die moderne Heimanlage in diesem Zusammenhang alles kann, schauen wir uns nun an. Durch die Installation von Batteriewechselrichtern und Batteriespeichern wie der Sunnyboy Smart Energy und der SMA Home Storage lässt sich einerseits der Eigenverbrauch optimieren, andererseits aber mehr Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz durch Notstrom- oder Ersatzstromfunktionalitäten ermöglichen. Vor allem im Sommer, wenn besonders viel Sonneneinstrahlung vorhanden ist, gibt es hohen Überschuss an Solarenergie. Dieser kann in den Batterien zwischengespeichert werden. Nachts ändert man dann die Batterie, um den selbst produzierten Strom auch dann verbrauchen zu können, wenn die Solaranlage gar nichts mehr produziert. Auch Wallboxen wie der E-Charger lassen sich passgenau in die Solaranlage implementieren. Je nach Lademodus lässt sich das Elektrofahrzeug ausschließlich oder teilweise mit Solarenergie laden. Es lassen sich feste Uhrzeiten einstellen, bis wann das Fahrzeug fertig geladen sein muss. Die Anlage kommuniziert dafür mit dem E-Charger und startet dementsprechend den Ladevorgang, wenn ausreichend Solarenergie vorhanden ist. Auch nicht zu vernachlässigen ist, dass elektrische Energie sich in Wärme umwandeln lässt und so zum Heizen des eigenen Hauses genutzt werden kann. Dafür können Elektroheizungen, Heizstäbe oder Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Je nach Gerät werden sie durch die Heimanlage auch direkt angesteuert. Die moderne Heimanlage ist darüber hinaus in der Lage, entweder spezielle Verbraucher wie zum Beispiel Waschmaschinen durch direkte Kommunikation zum Gerät anzusteuern oder durch Funksteckdosenverbraucher an- und auszuschalten. Hier muss man nicht mehr auf gut Glück hoffen, dass die Verbraucher genau dann laufen, wenn gerade Strom durch die Anlage erzeugt wird. Die Anlage schaltet einfach das Gerät selbst ein. Bei vielen verschiedenen Verbrauchern und Bestandteilen der Anlage muss entschieden werden, wann und in welcher Reihenfolge die Verbraucher sinnvoll mit Solarenergie versorgt werden sollen. Steuerung und Regelung der Anlage über Energiemanagementsysteme wie dem Sunny Home Manager 2.0 ermöglichen einen intelligenten Energiefluss. Der Sunny Home Manager 2.0 plant anhand von selbstlernenden Verbrauchsanalysen und Wetterprognosen die Verbraucher ein. Hier können je nach Anforderung individuelle Prioritäten zwischen Verbrauchern festgelegt werden. Der Anlagenbetreiber kann zum Beispiel entscheiden, ob zuerst der Batteriespeicher oder das Elektrofahrzeug mit dem selbstproduzierten Strom geladen werden soll. Im Winter liegt womöglich die Priorität bei der Heizung und weniger beim Elektrofahrzeug. Je nachdem, welche Verbraucher in der Anlage vorhanden sind, wie viel Energie und Leistung sie benötigen, wie das Wetter sein wird und wie die Prioritäten festgelegt wurden, maximiert und optimiert die Anlage die Energieflüsse und holt so ein Maximum an Eigenverbrauch raus, wenn so parametriert wurde. Es entsteht ein großes Netzwerk aus verschiedenen Geräten und Anlagenbestandteilen wie Wechselrichtern, Ladesäulen, Heizgeräten, Batteriespeichern, smarten Haushaltsgeräten und Funksteckdosen, die alle miteinander in Kommunikation stehen. Durch das zentrale Energiemanagement werden sie optimal aufeinander abgestimmt. Hier als Anlagenbetreiber nicht den Überblick zu verlieren, ist wichtig. Auf Anlagenebene lässt sich die Überwachung der Anlage über Sunny Portal Powered by AnnexOS durchführen. Alle durch die Anlage gesteuerten Geräte können hier überwacht werden. Man erhält Live-Daten der Anlage und kann die Datenerfassung über Solarertrag oder Netzbezug seit Inbetriebnahme der Anlage einsehen. Auch erhalten Nutzer konkrete Werte darüber, wie viel Geld durch den Eigenverbrauch oder die Einspeisung erwirtschaftet wurde und wie viel CO2 durch die Anlage eingespart wurde. Für Analysezwecke kann der Verbrauch insgesamt oder von einzelnen Geräten nachverfolgt und ausgewertet werden. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Heimanlage eingeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie Tech the Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.